Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einem neuen Kapitänskillungsvideo. Heute haben wir hier den russischen Kapitän Nikolai Kuznetsov am Start. Es handelt sich um einen Kreuzerkapitän mit der Basisfähigkeit in Richtung Sonne, erhöht die Reichweite der Hauptbatterie ihres Kreuzers und das ist natürlich eine verdammt starke Basisfähigkeit, die auch für andere Nationen interessant sein könnte. Und wir schauen uns natürlich mal so die Skills an. Wir haben in der ersten Reihe Loderne Flammen, erhöht die Chance Gegner mit Sprenggranaten in Brand zu setzen, was natürlich nice ist, gerade bei den russischen Kreuzern kann man das wirklich sehr sehr gut nutzen, wenn man am Kiten ist mit vielen der russischen Kreuzer, da kitet man wirklich. Und dort denn eine erhöhte Brandwahrscheinlichkeit zu haben ist natürlich super. Alternativ hätten wir außerhalb der Reichweite, erhöht die Reichweite der Hauptbatterie ihres Kreuzers, was natürlich auch ein verdammt starker Skill ist. Beide Skills sind auf jeden Fall top als Kreuzer. Das ist ein bisschen abhängig von den persönlichen Präferenzen, was man selber haben möchte, wenn man sich sagt, okay wir haben jetzt hier schon die Basisfähigkeit mit mehr Reichweite und das Schiff an sich hat allgemein eine relativ gute Reichweite, dann würde ich dort halt eher auf Loderne Flammen gehen. Aber wenn ihr sagt, okay die Reichweite ist mir doch ein bisschen niedrig, ich habe gerne einfach ein bisschen mehr Reichweite, denn einfach außerhalb der Reichweite zwei wirklich gute Skills, die man durchaus beide nehmen kann. In der zweiten Reihe haben wir einmal, bevor es zu spät ist, erhöht die Erkennbarkeitsreichweite von Torpedos. Diesen Skill würde ich jetzt nicht unbedingt auf Kreuzern nutzen. Ist zwar ganz nett, einfach eine erhöhte Erkennbarkeitsreichweite zu haben, aber allgemein in kniffligen oder brenzligen Situationen hat man als Kreuzer doch eigentlich das so nah an. Daher ist dieser Skill so ein bisschen, ja ganz nett, aber jetzt nicht unbedingt ein Skill, den ich nehmen würde. Alternativ hätten wir einmal zum Beispiel noch Pyromane, erhöht die Wahrscheinlichkeit mit den Sprenggranaten, der Haupt- oder Sekundärbatterie ihres Kreuzers Brände zu verursachen. Das ist natürlich auch super, wie oben auch schon gesagt, bei Loderne Flammen hier sogar noch 1% mehr, was wir natürlich gerne mitnehmen, habe ich jetzt hier auch genommen. Aber wir haben noch einen Skill, der richtig, richtig stark ist. Dort ist halt auch mal so die Frage, was man lieber nutzen möchte. Und zwar handelt es sich um, intuitiv aktiviert die Anzeige, die sie drüber informiert, wo sich das nächstgelegene gegnerische Schiff befindet. Der Spieler des gegnerischen Schiffs wird dabei darauf aufmerksam gemacht, dass seine Position angepeilt wurde. Er erhöht außerdem die Dauer aller Verbrauchsmaterialien zur Zielerfassung, was natürlich ziemlich nice ist. Dort einfach eine erhöhte Sonardauer, die ihr eigentlich bei fast allen russischen Kreuzern zumindest auf den höheren Stufen habt. Außerdem noch Dauer des Überwachungsradars, was zum Beispiel bei der Schapaev auf jeden Fall ein Thema ist. Dort würde ich auf jeden Fall mit der Schapaev diesen Skill nehmen. Nicht nur wegen den Überwachungsradars, sondern das Überwachungsradar in Kombination mit der Position von Gegner. Das ist halt einfach super. Und dann auch noch ein besseres Sonar ist halt wirklich sehr, sehr stark oder auch in gewerteten Gefechten. Allerdings habe ich mich jetzt erstmal hier für den Pyromanen entschieden, für die normalen Zufallsgefechte. Aber für gewertete Gefechte oder speziell wenn ihr mit den Schapaev unterwegs seid, dann würde ich auf jeden Fall intuitiv nehmen. Auch mit der Kutusoft zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Wenn ihr quasi eine Smoke seid, könnt ihr lokalisieren, wo ist der dichteste Gegner. Da ist vielleicht ein Zerstörer. Jetzt kommen vielleicht im nächsten Moment Torpedos. Auch wenn ihr es so nah an habt, ist diese Information natürlich Gold wert. Aber wie gesagt, für die meisten würde ich schon eher den Pyromanen nehmen. Zumindest für Standardgefechte. Weil intuitiv ist ein richtig verdammt starker Skill und auch halt richtig competitive. Aber ich habe so das Gefühl, in den Standardgefechten braucht man den halt sehr oft nicht. Und da nehmen wir natürlich dann lieber die Brandwahrscheinlichkeit mit. Aber beide Skills sind auf jeden Fall richtig, richtig klasse. Dann geht es weiter mit der dritten Reihe. Dort haben wir Rausch der Geschwindigkeit, erhöht die maximale Geschwindigkeit des Schiffes. Was natürlich ganz nett ist. Die russischen Kreuzer sind auch relativ flott. Und dort nochmal die maximale Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Das hilft euch einfach noch besser auszuweichen. Kann man auf jeden Fall nehmen. Aber wir haben auf jeden Fall auch sehr, sehr gute Alternativen. Und zwar einmal durchstoßen, erhöht die Durchschlagskraft und den maximalen Schaden der AP-Granaten. Das ist natürlich auch ganz nett. Einfach mehr AP-Schaden, um dort ein paar Gegner zu bestrafen, sage ich mal. Aber wir haben jetzt hier wirklich in der Reihe noch einen dritten Skill, der es wirklich in sich hat. Und zwar ist es Gleichgewicht der Kräfte, erhöht die Durchschlagskraft der Sprenggranaten ihres Kreuzers auf Kosten des Schadens. Das hört sich auf den ersten Moment jetzt gar nicht so gut an. Aber wenn man sich das Ganze mal per Formel ausrechnet, dann ist dieser Skill wirklich gut. Weil die Durchschlagskraft der Sprenggranaten ihres Kreuzers wird um 30% erhöht. Und viele der russischen Kreuzer haben einen Hauptgeschützkaliber von 152 mm. Und mit diesen 30% Durchschlagskraft auf die Sprenggranaten obendrauf sind quasi auch die russischen Kreuzer in der Lage, die gegnerischen Schlachtschiffe, die teilweise oder relativ häufig 32 mm Panzerung haben, zu durchdringen. Auch wenn ihr jetzt hier quasi 10% auf Maximalstufe an Schaden verliert, werdet ihr halt einfach deutlich mehr Durchschläge haben und dadurch halt auch deutlich mehr Schaden an Schlachtschiffen haben, was halt ziemlich geil ist. Wenn ihr diesen Kapitän noch nicht so hoch vom Level habt, dann ist dieser Negativeffekt noch deutlich höher von den Sprenggranaten-Schaden. Aber solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich würde schon sagen, das ist fast ein Pflichtskill, den man hier zumindest bei den russischen Kreuzern mit 152 mm geschützen. Wenn man zum Beispiel der Kutusov nehmen sollte, dort hat man dann einfach eine viel bessere Schadensausbeute. Dann kommen wir zur vierten Reihe. Dort haben wir steuerbar verbessert die Schiffssteuerung und verringert die Reparaturzeit des Steuergetriebes. Speziell bei den Kreuzern von Stufe 3 bis 6 bei den Russen würde ich schon sagen. Diese sind wirklich sehr gut zum Kiten geeignet und dort ist steuerbar auf jeden Fall eine gute Sache. Dennoch würde ich overall, glaube ich, fixiert einfach priorisieren. Dieser Skill erhöht nämlich die Präzision und Treffgenauigkeit der Granaten der Hauptbatterie ihres Kreuzers. Und das ist natürlich immer eine super Sache. Dann kommen wir noch zu den legendären Skills. Dort haben wir einmal vollständig verpackt, fügt eine zusätzliche Ladung für jedes ausgerüstete Verbrauchsmaterial hinzu. Und verringert die Ladezeit aller Verbrauchsmaterialien. Dieser Skill ist auf jeden Fall auch sehr, sehr stark. Speziell bei Schiffen, welche halt wirklich richtig gute Verbrauchsmaterialien haben. Dort zum Beispiel mal die Schapaev, die halt Radar hat. Dort möchte man gerne eine weitere Aufladung dazu haben. Oder bei Akutus auf eine weitere Aufladung am Nebelerzeuger. Das ist halt wirklich, wirklich stark. Für alle Schiffe bei den Russen, wo ich sagen würde, okay, die haben zwar Sonar, vielleicht einen Katapultjäger. Dort würde ich dann alternativ vielleicht hier den anderen Skill nehmen. Und zwar die Nachfüllstation. Dieser verringert die Ladezeit der Hauptbatterie ihres Kreuzers, was natürlich wirklich super ist. Ihr könnt hier bis zu 10%, ihr seht es da selber rechts, rausholen bei Legendär 4. Das ist natürlich schwierig zu erreichen. Aber 10% kürzere Nachladezeit, das ist halt verdammt krass. Das sind halt 10%, was ihr mehr am Schaden macht. Ihr könnt halt auch 10% mehr Brände dadurch machen, weil ihr halt einfach öfter schießt, mehr Treffer habt, mehr Brände verursacht. Die Chance ist natürlich dieselbe, aber ihr habt halt einfach mehr Granaten, die treffen. Dementsprechend ist das halt schon ziemlich krass. Und bei den Inspirationen nutze ich aktuell den Norman Scott. Dieser erhöht die Präzision der Hauptbatterie ihres Kreuzers, was natürlich nice ist. Außerdem noch den Charles Madden. Dieser verringert die Ladezeit und erhöht die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie. Die Drehgeschwindigkeit bei den russischen Kreuzern ist eigentlich ganz in Ordnung. Aber ein bisschen besserer Nachladegeschwindigkeit ist natürlich immer nett. Nimmt man gerne mit. Alternativ könnte ich als Inspiration auf jeden Fall auch noch den Gunichi Mikawa empfehlen. Dieser verbessert nochmal die Tarnung ihres Kreuzers, was euch halt wirklich in manchen Situationen oder speziellen brenzlichen Situationen es ermöglicht, mal wieder zuzugehen oder später aufzugehen. Und dadurch halt wirklich länger überleben werdet. Ich selber habe den Kapitän leider aber aktuell noch nicht wirklich hoch von der Stufe her. Wenn dieser bei mir jetzt höher wäre, elf oder aufwärts, dann würde ich wahrscheinlich diesen auch als Kapitän nutzen. Und wenn ihr wirklich auf richtig viel Schaden gehen wollt, dort empfiehlt es sich natürlich auch vielleicht die Sprenggranaten vom Schaden her zu verstärken. Dort ist zum Beispiel hier der französische Standardkapitän relativ gut für geeignet. Und dann auch noch vielleicht in Kombination mit den anderen Kreuzerkapitänen, den André Rouge, kann man wirklich die Sprenggranaten, den Schaden nochmal ordentlich nach oben pushen und sich gegebenenfalls den Sprenggranatenschaden zurückholen, den man hier quasi bei Gleichgewicht der Kräfte verlieren würde. Und das soll es auch mit der Kapitänskillung für Nikolai Kuznetsov gewesen sein. Ein wirklich starker Kapitän, sowohl die Basisfähigkeit als auch der Skilltree. Deswegen habe ich den jetzt hier auch relativ schon hoch gelevelt. Ich habe den jetzt schon auf 15, Legendär 3. Ich habe mir da wirklich einiges an Ressourcen zusammengespart und es wirklich hier in den Kapitän reingesteckt. Speziell weil die Basisfähigkeit wirklich auch alternativ für andere Nationen relativ interessant sein kann. Wenn ihr zum Beispiel merkt, hier bei den britischen Kreuzern ist die Reichweite zu gering, dort könnt ihr zum Beispiel jetzt als Inspiration den Nikolai Kuznetsov nutzen und diese dann nochmal weiter erhöhen. Was natürlich nice ist, nicht nur für die Briten, für alle Nationen, wo ihr merkt, wir wollen mehr Reichweite haben. Also wirklich ein richtig starker Kapitän, auch mit intuitiv mit dem Skill. Also wirklich ein klasse, klasse, klasse Gesamtpaket, was der Kapitän hier liefert. Ich nutze diesen auch aktiv für die russischen Kreuzer, beziehungsweise ich werde ihn nutzen. Ich habe da noch nicht angefangen mit dem Grinden, aber das kommt noch. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.